salam und hallo an alle ich hoffe euch geht es allen gut ich habe heute das wohnzimmer gemacht hier seht ihr erstmal wie es vorher aussah es war halt noch nicht so viel dekoriert eigentlich fast gar nichts und ja hier spinnt leider meine kamera ich weiß nicht wieso ja also es war sehr leer noch und deswegen habe ich ein bisschen dekoriert vorher natürlich gewischt gehabt und ja seid gespannt wie es nachher aussieht ja hier ist eine sehr schöne uhr ja die haben wir glaube ich einmal von einem türkischen geschäft gekauft gehabt und ja hier sieht man jetzt den nachher effekt ja bisschen dekoriert mit teppichen und ja paar kissendecken und so kerzen ja ich habe nicht großartig viel gemacht aber es ist auf jeden fall schon ein unterschied zu sehen und es wirkt gemütlicher diese vitrine muss ich leider noch etwas umgestellten und irgendwie anders einrichten ja wie ihr seht ich habe diesen fell dahin gemacht und einen kleinen tisch mit ein bisschen teelicht und so ja und in diese wasser wollte ich noch so gras rein machen also dieses palm gras heißt das glaube ich ja das sind die wand tattoos die vorher schon drauf waren die habe ich von schien und dann diese ornamente ja da kann man auch noch mal teelichter rein machen die gab es mal bei kick auch nicht so teuer und ja ich habe die jetzt einmal da angebracht um zu sehen wie das ausschaut da habe ich dann auch noch so ein fell gehabt und das gab es glaube ich bei action mal und so ein teelichtteil ja hier die standen ja schon vorher die teelichter und das auch ja nicht viel dekoriert aber ja macht schon einen unterschied aus wie es vorher aussah und wie es jetzt aussah ja und meine geliebte lampe kronleuchter ich liebe die sehr ja inschallah hat euch dieses video gefallen lasst ein like da und salam aleikum tschüss